Greggs Tagebuch 2. Das Tagebuch, wo Gregg seinen Alltag und all die peinlichen Momente aufbaut. Greggs größtes Ziel ist es, eines Tages reich und berühmt zu werden. Und dann werden ihm sicher all seine Tagebücher aus den Händen reißen. Rupert Jefferson. Rupert ist Greggs bester Freund, auch wenn die beiden eigentlich ziemlich unterschiedlich sind. Roderick Heffley. Roderick ist Greggs älter Bruder. Er spielt Schlagzeug in einer Heavy Metal Band namens Volle Windel. Manny Heffley. Manny ist Greggs jüngerer Bruder und Moms Liebling. Egal was Manny für Unsinn anstellt, er wird nie dafür bestraft. Susan und Frank Heffley. Greggs Mom liebt ihre Familie sehr und tut alles, damit es den anderen gut geht. Greggs Dad versucht seinen Sohn immer wieder dazu zu bringen, mehr Sport zu machen. Er bringt Greg zum Schwimmen, fährt ihm beim Fußball an und schenkt ihm sogar eine Landhandel. Falls euch das Buch gefällt, holt euch es jetzt. Out now. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.